So, gucken wir hier noch ein Ründchen rein, Wind Blaster, werden wir uns ein bisschen was auszahlen lassen hier. Der Take 5 hat eben schon richtig gut gebracht. Mal gucken ob hier auch ein aufzahlen. Oh, wai! Ha ha! Amma! Ho 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 ho! Zieße! das läuft 400 kröten schöne ding das kannst du noch mal bringen da kannst du auch noch ein bisschen hoch nase voll oder eben auch was los komm, leg noch was nach Harmonix Ach los, wir können uns jetzt mal leisten, können wir auch mal ein bisschen wilde Sau spielen hier. Wieder nichts drin. Musste schon noch einen Gewinn mit hinpacken. Wieder nichts. Du hast bis 1000, das spiel aber da sinnig. Da ist er. Glöckchen. Einmal nur. 40. Wäre ja ein Fall für Rot, oder? Jawoll. Ja, damit weiter geht es hier im Kino. Ja. 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 Ja, ja. Okay 40 Welche Honi hätte es ermahnen können Unser Expanding Wald haut da ja nicht mehr so oft drinnen her Knapp daneben Durchgeflitzt Den Schein nehmen wir noch mit, den lassen wir uns noch auszahlen Wollte das hier jetzt mal gewesen sein Ich danke euch fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Macht's gut, haut rein